Wegen des Buches. Ich brauch was ganz Spezielles. Okay, was darf's denn sein? Sie sind so schlau. Schreiben Sie doch mal ne Promotion. Explosion? Du brauchst was über Explosionen? Wovon reden Sie denn da? Moment, Moment. Hey, ja. Darum geht's. Explosion. Oh, verstehe. Wie spät ist es denn? Zeit, was in die Luft zu jagen. Stimmt's? Genau. Nun gut, mein Freund. Was genau willst du denn haben? Vielleicht kann ich ja helfen. Ich interessiere mich sehr für Roms Katakomben. Aha. Sehr große Bomben. Was? In dem Buch hier steht alles über selbstgemachten Sprengstoff und wie man eine Bombe zusammenbaut. Bitte sehr. Ich glaub's nicht. Danke, 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 alter Mann. Aber erst zeigst du mir mal deinen Büchereiausweis. Ah, scheiße. Ehrlich? Wer ist dieser Emmerich? Ich heiße Brooks. Tut mir leid, aber du brauchst den Ausweis, um hier Bücher auszuhalten, mein Junge. Stimmt's, Shake? Oh Mann, das darf doch nicht wahr sein. Seit wann braucht man im Knast einen Ausweis? Vielen Dank, mein Junge. Ich höre nicht oft Komplimente. Aber du brauchst trotzdem nen Ausweis. Äh, das ist einfach irre. Mach dir nichts draus, mein Junge. Den kriegst du schon in ein paar Tagen. Kommen Sie, Brooks. Warum können Sie nicht mal fünfe gerade sein lassen? Warum? Ein Wurm. Hast du das gehört, Shake? Du hast doch sicher Hunger, was? Oh Gott, ich geb's auf. Kommen Sie schon. Ich brauch das Buch. Tut mir leid, mein Junge. Ohne Ausweis kann ich nichts für dich tun. Es wäre einfach nicht richtig. Bitte machen Sie ne Ausnahme. Ich bin neu hier und die anderen machen es mir auch nicht gerade leichter. Sie können sich sicher noch an Ihren ersten Tag erinnern, oder? Kommen Sie. Lassen Sie mal fünfe gerade sein. Nur das eine Mal. Ich bin ganz allein hier und keiner will mir helfen. Deine Worte haben mich tief im Herzen getroffen. Und du hast recht. Dieser Ort kann ziemlich grausam sein. Was meinst du, Jake? Sollen wir ihm das Buch geben? Jake mag dich nicht. Also, kein Buch. Tut mir leid. Ach, kommen Sie. Ich dachte, in Ihrem Herzen hätte sich was geregt. Ja, Jake ist schon ein Herzchen. Kommen Sie, Brooks. Geben Sie mir das Buch. Ich sagte nein. Schleich dich. Das kriege ich mit bloßen Händen nicht ab. Das kriege ich mit bloßen Händen nicht ab. Bücher, Bücher und noch mehr Bücher. Hey, Krähe! Wer hält sich denn sowas als Haustier? Vergiss es. Lass mir doch nicht die Augen aushacken. Äh, Entschuldigung. Glauben Sie, der Vogel hat sich's überlegt? Was meinst du, Jake? Sollen wir ihm das Buch geben? Er hasst dich. Also, keine Bücher für dich. Geh mir aus den Augen. Und aus denen meiner Krähe. Geh mir aus den Augen. Geh mir aus den Augen. Wenn du das für ne Gute... Ach, irgendwie weckt das Brecheisen unguter... Glücksbringer-Hufeisen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es wird nicht klappen. Ich verarsch mich nicht, Leute. Wenn ich ausfinde, dass ihr ohne mich abgehauen seid, fände ich richtig sauer. Wenn ich dann erstmal raus bin, krall ich dich als erstes. Vergiss das bloß nicht. Ich vergesse nie was. Also entspann dich. Obwohl ich den Verdacht habe, dass du dich morgen an nichts erinnern wirst. Hä? Ah, nichts. Ich hol dich, wenn der Tunnel fertig ist. Vertrau mir. Ich trau niemanden. Na, das ist aber schade. Du musst lernen, den Leuten zu vertrauen. Na, egal. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.